Dieses Radiosignal aus dem Zentrum unserer Milchstraße ist wirklich besonders mysteriös. Das Signal blinkt und wird mit der Zeit hundertmal heller und dunkler. Astronominnen und Astronomen weltweit sind verwundert. Alle gängigen Erklärungen scheiden aus. Was steckt also dahinter? Clixoom Science in the Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich Willkommen. Für diese ungewöhnlichen Signale aus dem Zentrum der Milchstraße gibt es bisher noch keine wirklich plausible Erklärung. Dem Astronomen Siting Wang von der University Sydney gelang diese mysteriöse Entdeckung mit der Hilfe des australischen Teleskops Australian Square Kilometer Array Pathfinder Teleskop ASCAP. Und die Verwunderung ist riesig. So etwas haben wir noch nie gesehen. Die detektierten Radiowellen passen nach Ansicht der Fachleute zu keiner bekannten Art von Quelle. Und auch die Polarisation des Lichts gibt Rätsel auf. Dazu schreibt das Forschungsteam in der aktuellen Studie. Zuerst dachten wir, es könnte ein Pulsar sein, also ein sehr dichter und schnell rotierender Sternenrestkern. Auch ein Stern mit gewaltigen Eruptionen wurde diskutiert. Doch die Signale aus dieser neuen Quelle stimmen mit nichts überein, was wir von bekannten stellaren Objekten erwarten. Was weiß man bisher über diese mysteriösen Radiosignale? Wie genau wurden sie entdeckt und was könnte dahinter stecken? Die spannenden Antworten auf all diese Fragen gibt es jetzt hier bei Clixoom Science & Future. Bereits Anfang vergangenen Jahres 2020 gelang dem australischen Forschungsteam die spannende Entdeckung. Offenbart wurde das Signal mit dem Australian Square Kilometer Array Pathfinder Teleskop ASCAP. Dann folgt eine Beobachtung mit den Radioteleskopen Parkes und Merkat. Spannenderweise konnten andere Teleskope wie etwa das Röntgenteleskop des Satelliten Chandra oder der NASA-Forschungssatellit Neil Garrels Swift Observatory das Signal nicht erkennen. Im Februar bzw. April 2021 aber dann gelang dem südafrikanischen Merkat-Radioteleskop und dem Australian Teleskop Compact Area ATKAR-D-Treffer. Und das, obwohl sie ebenfalls frühere Signale nicht aufschwören konnten. Wie kann das sein? Ein Objekt, das zunächst unsichtbar erscheint, dann heller wird und sich dann abschwächt, um dann wieder aufzutauchen. Dieses Verhalten konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im vergangenen Jahr im Laufe von neun Monaten insgesamt sechsmal beobachten. Als die Beobachtung dann mit dem Merkat-Radioteleskop gelang, gab es für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine weitere kuriose Erkenntnis. Dazu heißt es in der Studie, als nächstes versuchten wir dann mit dem Merkat-Radioteleskop in Südafrika unser Glück. Doch jetzt stellten wir fest, dass sich das Verhalten der Quelle dramatisch verändert hatte. Nun verschwand die Quelle schon binnen eines einzigen Tages, obwohl dieser Vorgang zuvor noch mehrere Wochen gedauert hatte. Dazu kommt, die aufgespürten Radiowellen weisen verschiedene Charakteristika auf, die sehr ungewöhnlich sind. Zum einen die zirkuläre Polarisation. Kurze Erklärung, Polarisation bedeutet, dass Wellen sich in einer Ebene bewegen. Also zum Beispiel so auf und ab sich bewegen oder so auf und ab sich bewegen oder eben komplett durcheinander. Polarisiert sind sie, wenn sie nur das in einer Ebene machen. Erstens sind polarisierende Radioquellen sehr selten, also solche extrem in einer Ebene ausgerichtete. Zudem zeigt sich die Art der Polarisation als äußerst rätselhaft, denn sie schwingt zwar nur in eine Richtung, rotiert aber im zeitlichen Verlauf. Zunächst dachten die Fachleute deswegen, dass es sich um einen flackernden Stern oder einen Pulsar handelt. Damit werden in der Fachwelt tote Sterne bezeichnet, die bei Supernova-Explosionen zurückbleiben und Radiowellen in einer schnellen und regelmäßigen Rate aussenden. Doch diese erste Vermutung wurde schnell verworfen, denn weder die charakteristischen Pulse noch Spuren in anderen Wellenlängen konnten ausfindig gemacht werden. Dazu schreibt das Forschungsteam, Dieses Objekt war insofern einzigartig, als dass es zunächst unsichtbar war, dann hell wurde, dann verblasste und schließlich wieder auftauchte. Dieses Verhalten war außergewöhnlich. Unter tausende von Quellen finden wir vielleicht weniger als zehn zirkolar polarisierte Quellen. Bei fast allen handelt es sich um Quellen, die wir gut kennen, wie Pulsare, die schnell rotierenden, stark magnetisierenden Überreste explodierter Sterne. Nicht nur die Art und Weise der Polarisation ist also für die Fachwelt rätselhaft, auch die Helligkeit des Objekts, die um den Faktor 100 deutlich variiert, die ist äußerst merkwürdig. Teilweise scheint das Signal komplett an und dann wieder auszugehen. Anfangs sei das Signal wochenlang aktiv gewesen, doch nach nur einem Tag verschwunden. Das alles setzt das australische Forschungsteam vor ein großes Rätsel. Worum könnte es sich hierbei handeln? Die Astronominnen und Astronomen gehen davon aus, dass das Signal aus der Richtung des Zentrums der Milchstraße kommt. Ist diese Erkenntnis wichtig, damit das mysteriöse Phänomen erklärt werden kann? Fragen über Fragen, die zum größten Teil noch offen sind. Die Fachleute fassen ihre Beobachtung folgendermaßen zusammen. Die merkwürdigste Eigenschaft dieses Signals ist ein sehr hoher Grad an Polarisation. Das bedeutet, das Signal oszilliert nur in eine Richtung. Aber diese Richtung rotiert mit der Zeit. Die Helligkeit des Objekts variiert ebenfalls stark mit einem Faktor von 100 und das Signal schaltet sich in einem bislang zufällig erscheinenden Muster ein und aus. Wir haben bislang noch nichts Vergleichbares beobachtet. Doch das australische Forschungsteam hat auch einige mögliche Erklärungen am Start. Denn manche der nachgewiesenen Eigenschaften erinnern an die sogenannten Galactic Center Radio Transients, GCRTs. Auch hierbei handelt es sich um wirklich rätselhafte Signale, vorübergehende niederfrequente Funkwellen in der Nähe des galaktischen Zentrums. Solch eine Quelle leuchtet schnell auf und klingt dann nahe des Zentrums der Milchstraße wieder ab. Lediglich drei solcher Galactic Center Radio Transients, GCRTs, wurden bislang offiziell aufgespürt. In den 2000er Jahren wurden genau diese drei GCRT-Objekte identifiziert. Bei weiteren steht noch die Identifizierung aus. Doch neben einigen möglichen Parallelen weisen die neuen mysteriösen Radiosignale aus dem Zentrum der Milchstraße auch deutliche Unterschiede zu den GCRT-Objekten auf. Die eindeutige Identifikation als Galactic Center Radio Transient GCRT kann somit nicht erfolgen. Dieses Rätsel um die mysteriösen Radiosignale erinnert an ein Phänomen, das im vergangenen Jahr die Fachwelt in Aufregung versetzt hatte. Ein kosmischer Radioblitz, der alle 16 Tage wie ein Uhrwerk Signale aus dem All sendet. Wir hatten hier bei Klicks und Sunset Future darüber berichtet. Diese Entdeckung war eine Premiere, denn dabei handelte es sich um den ersten regelmäßigen Radio Burst überhaupt. Dazu schreibt das US-Forschungsteam, dies ist die bislang erste und einzige bei einem Radio Burst nachgewiesene Periodizität. Zwar wussten Fachleute bislang bereits, dass es sogenannte Wiederholungstäter gibt, also Quellen, die ganze Serien von Radio Bursts aussenden, doch diese treten wohl nur sporadisch und unregelmäßig auf. Doch die Signale, die pünktlich alle 16 Tage auf der Erde ankommen, stammen wohl aus einer Spiralgalaxie, die 500 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernte. Zurück zu den mysteriösen Radiosignalen, die das australische Forschungsteam aufgespürt hatte. Klar ist, dass die Fachleute alles daran setzen wollen, die mysteriösen Radiosignale weiter zu beobachten. Dabei hoffen sie auf das gigantische Square Kilometer Array, mit dessen Bau aber gerade erst begonnen wurde. In neun Jahren 2030 soll dieses Megateleskop an den Start gehen und 100 Mal empfindlicher sein als jedes andere aktive Radioteleskop. Seine Infrastruktur soll sich über drei Kontinente auf der Nord- und Südhalbkugel erstrecken. Sein Hauptquartier hat die Einrichtungen in Großbritannien, tausende Einzelantennen und hunderte von Parabolspiegeln bilden zwei Beobachtungsnetzwerke, die sich über hunderte Kilometer in Südafrika und Australien erstrecken. Die gebaute Antennenfläche des Megateleskops soll dann eine Million Quadratmeter betragen und eine schnellere Durchmusterung des Himmels möglich machen als je zuvor. Heraus kommt dabei nicht nur eine 50-mal höhere Auflösung als die Bildauflösung des Hubble-Weltraumteleskops, sondern zudem auch eine unvorstellbare Menge an Beobachtungsdaten, die verarbeitet werden muss. Das werden nur die schnellsten Supercomputer der Welt schaffen. Und auch die Ziele des Projekts sind wirklich mehr als ehrgeizig. Unter anderem soll ein 3D-Weltraumatlas erstellt werden, der uns einen Blick in das frühe Universum ermöglichen könnte. Auch der dunklen Energie und außerirdischen Leben könnten wir mithilfe von Square Kilometer Array endlich auf die Spur kommen. Kein Wunder also, dass die australischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dieses Meisterwerk der Technik hoffen. Möglicherweise lässt sich dann eine Erklärung für die mysteriösen Radiosignale finden. Nach Ansicht des Studienleiters Wang könnte es sich möglicherweise um eine neue Klasse von Objekten handeln, die nur mittels Radio-Imaging-Durchmusterung überhaupt sichtbar gemacht werden kann. Mysteriöse Signale aus dem All. Wer oder was steckt hinter den periodischen Radioblitzen? Hier geht es um die Radioblitze, die wie ein Uhrwerk alle 16 Tage auftauchen. Ein ebenso spannendes Signal. Also anklicken, anschauen und abonnieren. Nicht vergessen. Bis dann. Bleibt dran.